Es geht um Ihr Fahrzeug oder um Ihres, wenn Sie Selbstreparierer sind. Machen Sie es nicht so wie er und werfen die alten Teile weg. Geben Sie sie lieber zurück, dann können wir das Ersatzteilangebot mit regenerierten Teilen verbessern. Die Rechnung ist ganz einfach. Denken Sie doch mal nach. Gleiche Gebrauchseigenschaften, billiger, gleiche Garantie, erhöhte Materialökonomie, Ihr Vorteil, unser aller Vorteil. Und wir können dann noch besser auch für Ihr Fahrzeug sorgen.